Hallo und herzlich willkommen. Der Ukraine-Krieg hat uns bereits sehr viel Geld gekostet. Nun sollen wohl weitere 12 Milliarden Euro für neue Waffenlieferungen obendrauf kommen. Aber hier ist noch nicht Schluss, denn ein weiterer Kostenhammer kommt mit dem Erweiterungsbau des Bundeskanzleramts auf uns zu. Olaf, ich kann mich nicht erinnern, Scholz möchte sich für knapp 800 Millionen Euro ein Protzbau inklusive Hubschrauber-Landeplatz und Penthouse-Büro leisten. Ich begrüße heute den haushaltspolitischen Sprecher der AfD-Fraktion, Peter Böhringer, um mit ihm diese Umstände genauer zu beleuchten. Hallo Herr Böhringer, schön, dass Sie da sind. Hallo Frau Seidler. Ich sagte es eingangs, der Ukraine-Krieg hält an. Was hat uns dieser Krieg bisher gekostet? Welche Zahlen liegen Ihnen genau vor? In einer Zahl wird Ihnen das niemand sagen können, weil die Hauptpositionen die wahnsinnig erhöhten Energiekosten sind, die ja indirekte oder fast direkte Folge dieses Kriegs sind. Das Zweite, darüber können wir gleich noch intensiver reden, das Zweite ist sicher die Flüchtlinge, die wir hier aufnehmen, inklusive, muss man auch sagen, der Wehrdienstverweigerer, zehntausendfach in der Ukraine. Trotzdem ist es natürlich im Prinzip eine humanitäre Pflicht, die aufzunehmen. Niemand weiß, wie lange sie bleiben werden, niemand weiß, wie sehr sie sich integrieren müssen oder können oder eben nicht sollten. Das sind nicht bezifferbare Summen, das sind aber jetzt schon einige Milliarden. Und dann natürlich die Rüstungskosten, die Kriegsbeteiligungskosten, wir sind dabei. Und Krieg ist immer mit das Teuerste. Inflation ist übrigens auch noch eine Folge. Auch das kann jemand direkt beziffern, weil niemand genau die Kausalkette vom Krieg zur Inflation berechnen kann. Und wir finanzieren durchaus auch den sogenannten hybriden Krieg, die Bespaßung von Ukraine-Plüchtlingen hier. Das hört sich jetzt so negativ an, aber es ist wirklich nicht. Es ist Propaganda, die hier unterstützt wird mit deutschem Steuergeld. Sowohl im Ausland, wenn in Odessa, in der Frontstadt Odessa Literaturfestivals mit deutschem Steuergeld bezahlt werden. Oder umgekehrt, wenn in Göttingen, im linksextremen Nest in Deutschland, irgendwelche Kulturfestspiele der Ukraine stattfinden. Oder wenn Exil-Ukraine, Medienschaffende, sogenannte Medien- oder Kulturschaffende, natürlich reine Propagandamenschen auch finanziert werden. Ich kann nur sagen, es ist nicht unser Krieg. Und deshalb ist das alles nicht unsere Aufgabe. Hier ist etwas mehr Distanz in alle Richtungen angesagt, natürlich auch in Richtung Russland. Aber das Schlimmste sind sicher die Flüchtlingskosten und vor allem die Rüstungs- und Waffenkosten. Nun hat der Haushaltsausschuss des Bundestages diese Woche sich mit der Aufstockung des Etats um weitere 12 Milliarden Euro für Waffenlieferungen befasst. Sie waren ja in der Sitzung dabei. Was genau kam da raus? Zunächst muss man sagen, es war wieder mal eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Kamen wenige Stunden vorher, ich glaube zehn Stunden vor der Sitzung, kam das Dokument über, sage und schreibe, Sie haben es ja gesagt, 15 Milliarden, davon also 13 Milliarden unerwartet neu. Sogenannte Unterstützung von Partnerstaaten. Das ist wirklich ein Titel, den gibt es im Haushalt schon lange. Er war lange völlig unspektakulär. Da ging es um ganz kleine Summen. Afrikanische Oppositionsbewegungen, meistens mit friedlichen Methoden, wurden da unterstützt. Das gibt es schon lange. Und über Nacht seit 2022 ist dieser Titel explodiert. Und jetzt nochmal um 12 Milliarden explodiert. Wir haben es uns angeschaut, es ist mehr oder weniger direkte Unterstützung der ukrainischen Staatskasse, vor allem der Kriegskasse. Und wie gesagt, es ist nicht unser Krieg. An der Stelle sehen wir nicht ein, dass das stattfindet. Indirekt wird übrigens auch noch die Bundeswehr geplündert. Man kann es nicht anders ausdrücken. Real geplündert, indem entweder ganze Rüstungseinheiten, Haubitzen, was auch immer, ein paar Zweier in der Presse oder auch Ersatzteile kurzfristig in die Bundeswehr kommen. Neu finanziert, angeblich Bundeswehrunterstützung, was wir im Prinzip ja sogar unterstützen würden, nur um sie dann nahtlos in die Ukraine an die Front zu schicken. Und ich bin sicher, auch wenn ich das nicht beweisen kann, dass wenn dieses Material dort kaputtgeschossen ist, dass dann genau das gleiche wieder stattfindet, sodass diese sogenannte Nachbeschaffung für die Bundeswehr, wie gesagt, die wir im Prinzip unterstützen würden und schon seit Jahren und Jahrzehnten unterstützen, das hat nichts mit dem Ukraine-Krieg zu tun, sofort weitergereicht werden. Und die Bundeswehr hier und ihren Etat als Zwischenlager und als Zwischenbudget für die Ukraine zu nutzen, das ist Etikettenschwindel und den machen wir so nicht mit. Quasi ein Fass ohne Boden, so hört sich das zumindest an. Sie sprachen das auch schon an. Das andere wichtige Thema sind die hohen Energiekosten. Wir beziehen seit dem 1. Januar ja kein Gas mehr aus Russland. Kann man schon ungefähr sagen, was uns das jetzt wirklich kostet? Seit dem 1. Januar beziehen wir kein Öl mehr. Das kommt jetzt noch hinzu. Das Gas beziehen wir schon seit Sommer 2022 nicht mehr aus Russland. Einerseits. Andererseits ist diese Aussage schon falsch, obwohl sie von der Bundesregierung kommt. Denn wir beziehen sehr wohl noch russisches Gas. Es heißt jetzt nur Flüssiggas. Und wird von russischen Tankern zum Beispiel nach Belgien, Holland, Frankreich und Spanien gebracht. Und ich ahne, dass es vielleicht sogar demnächst deutsche Häfen sein werden. Darüber sollten wir auch gleich noch reden. Am Moment sind es vor allem diese ausländischen Häfen in Westeuropa, über die dann hintenrum von Westen, diesmal nicht mehr von Osten, über Pipelines oder auch über Tanker oder auch über Plüssiggaszüge dieses Gas, wohlgemerkt auch russisches Gas, nicht nur, aber viel russisches Gas, trotzdem wieder in Deutschland landet. Nur mit dem Unterschied zu der Vorkriegsphase. Damals kostete das umgerechnet auf die Megawattstunde ungefähr ein Sechstel oder ein Fünftel dessen, was wir heute dafür bezahlen. Das ist irre. Und man sollte vielleicht schon auch, das wurde auch getan im Haushaltsausschuss, über den Winter 2023-2024 sprechen. Diesen Winter haben wir gut überstanden, weil zum einen noch sehr viel russisches Pipeline-Gas aus dem Vorkrieg in unseren Speichern drin war. Das ist wirklich viel, bis zu 26 Milliarden Kubikmeter, ein relativ großer Anteil unseres Jahresverbrauchs war in diesen Speichern drin. Hinzu kam, dass der Winter sehr mild war. Deshalb haben wir diesen Winter gut überstanden. Beim nächsten ist aber dann irgendwann auch mal kein Restgas mehr aus der Vorkriegszeit da in diesen Speichern. Es kann auch sein, dass die Konjunktur in China wieder anspringt, dass die selbst mehr LNG brauchen. Und dann wird es irgendwann auch wieder enger. Ich prognostiziere keinen Engpass im Sinne von, es wird gar keinen Gas mehr geben im nächsten Winter, es sei denn, er ist extrem kalt. Aber es könnte und es wird sehr viel teurer werden. Und das muss uns einfach bewusst sein. Das ist ein indirekter Kostenpunkt, ein extrem hoher Kostenpunkt, je nachdem, wie das jetzt ausgeht, wo die Preise wieder hingehen. Sie sind im Moment tief, aber sie werden sehr hoch wieder gehen für Gas insgesamt. Reden wir von meiner Meinung nach 50 bis 100 Milliarden Euro Mehrkosten für diese Volkswirtschaft. Alleine nur an der Energiefront. Und das ist eine Folge unserer Kriegshaltung. Natürlich jetzt kann man sagen, auch der Nord Stream Sabotage. Aber am Ende war es ja der politische Wille dieser Regierung, das russische Gas sowieso nicht mehr zu beziehen. Nur jetzt mit dieser Sabotage wurde es halt jetzt erstmal verunmöglicht. Obwohl ich schon sage, dass man diese Pipeline reparieren könnte, wenn man es denn wollte. Wenn man sich das jetzt alles anguckt, die Energiekrise, die Inflationskrise, dann ist diese geplante Kanzleramtserweiterung wirklich dreist. Fast 800 Millionen Euro soll das Ganze kosten. Was fällt Ihnen dazu ein? Es ist irgendwo eine Neverending Story, die aber jetzt wirklich langsam kulminiert in einen unschönen Höhe- oder Hoch- oder Tiefpunkt. Wir haben 2019 zum ersten Mal Kritik an diesem Bau geübt und einen Baustopp verlangt. Damals waren die Kosten, die veranschlagten Kosten für einen Kanzleramts nicht Neubau, sondern Anbau. Das ist ganz wichtig. Das Kanzleramt ist heute schon zehnmal so groß wie das Weiße Haus in Washington. Das muss ich mir mal vorstellen. Und es wird jetzt sich noch verdoppeln mit einer Brücke über die Spree. Auf der anderen Seite das gleiche Gebäude nochmal, mehr oder weniger. Ein Hubschrauber-Landeplatz mit allem Pipapo, sogenannte Wintergärten, die Olaf Scholz auch noch verteidigt. Das sei doch kein Prunk, um Gottes Willen. Der teuerste Kindergarten Deutschlands wird da untergebracht und es ist in jeder Hinsicht uneingebracht. Es kommen auch Dutzende, ich glaube sogar Hunderte neue Büros da rein. Das heißt, man könnte demnächst von diesem Kanzleramt die Republik alleine regieren. Wir haben aber keine Präsidialdemokratie, dass hier der Kanzler als Präsident alles alleine bestimmt. Und wir haben irgendwo auch noch Ministerien, die ja übrigens noch eigene sehr teure Baumaßnahmen alle haben und Zehntausende von Mitarbeitern. Das ganze Ding passt überhaupt nicht in die Zeit. Frau Merkel hat das noch angeschoben in ihrer Zeit. Die CDU hat immer mitgestimmt. Die Ampel verteidigt diesen Wahnsinn. Und wir haben in dieser Woche, also in dieser Plenarwoche, im Bundestag Olaf Scholz direkt gefragt, ja, Herr Lindner, Ihr Finanzminister sagt, hat jetzt eine gewisse Einsicht gezeigt bei Maischberger. Ja, Maischberger und hat gesagt, das passt jetzt nicht mehr. Wir werden es wahrscheinlich einstellen müssen, diesen Kanzleramtsanbau. Und der Kanzler hat es nicht bestätigt. Und das haben wir wieder mal rausbekommen. Wir sind inzwischen von 300, über 400, über 700, über 800 Millionen. Die inoffiziellen inflationierten Kosten sind schon bei 900 Millionen. Ich sage Ihnen voraus, falls das Projekt zu Ende gebracht wird, wird es über die Milliarde gehen. Das ist irre für ein einzelnes Anbauprojekt, das komplett überflüssig ist und wirklich in die völlig falsche Richtung geht. Aber der Kanzler meint, dass das in die Zeit passt. Wenn ich zum Abschluss jetzt zum Gesamtbild zeichne, dann Inflation, hohe Energiekosten. Das betrifft ja besonders arme Menschen in Deutschland und die Mittelschicht. Trotzdem werden weiter Milliarden in die Ukraine gepumpt. Und jetzt eben solche Pötte wie das Bundeskanzleramt. Hat die Regierung überhaupt im Blick, wie es den Bürgern da draußen geht? Ich glaube, sie hat den Blick auf die Realitäten schon lange verloren. Sie lebt in ihrer Blase, genau das, was uns immer vorgeworfen wird. Und Sie haben es schon richtig ausgesprochen. Inflation ist das Asozialste, was es gibt. Und wir haben ja eine linksgelbe Regierung, die ja angeblich fürchterlich sozial ist. Inflation, Teuerung trifft gerade die kleinen Leute am schlimmsten. Und deshalb ist auch unsere Wirtschaftspolitik, unsere Stabilitätspolitik am Ende Sozialpolitik. Aber erst müssen Sie, liebe Wähler, uns wählen, die Fraktion stärker machen hier im Bundestag. Und dann passt das. Vielen Dank, Herr Böhringer.